Da haben wir einen Schichtplan. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, ich habe an dem Tag von zum Beispiel elf bis zwölf Zeit, dann trage ich mich da ein. Ist noch in Ordnung, sage ich mal, wenn sie sich nicht festkleben und mal nicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden warten, muss es so gehen.